black magic hat's getan und die neuen technischen highlights für 2023 und 2024 veröffentlicht es sind schöne dinge dabei zum beispiel die neue black magic kamera mit full frame sensor 6k open gate was man damit alles anstellen kann das wird natürlich noch eine riesen sache werden aber darum geht es nicht ich habe euch mal die ganzen highlights hier direkt in meiner video beschreibung verlinkt könnt ihr sehr gerne mal rein gucken es geht um die app die einfach so erwähnt wurde black magic macht eine app für das iphone 15 jetzt aktuell und natürlich auch für alle iphones darunter und diese kamera app hat es in sich die kannst du wie gesagt hochkant oder auch quer verwenden das ist alles möglich es gibt total einfache einstellung diese app ist kostenlos vergiss alle teuren abo modelle kündige deine filmic pro abos oder andere geschichten weil mit dieser app kannst du wirklich alles machen manuelle einstellungen tätigen im hochformat im querformat drehen verschiedene anzeigen hier mit einbauen ich liebe diese app jetzt schon obwohl sie erst einen tag alt ist und meinen ersten eindruck und so ein paar freundliche funktionen die kann ich euch jetzt mal vermitteln los geht's ich nehme euch jetzt mal mit auf meine kleine entdeckungsreise mit der neuen black magic kamera app und verzeiht mir bitte wenn jetzt nicht alles ganz korrekt sein sollte die app ist wirklich gerade ein tag alt ich habe mich über nacht damit beschäftigt und ich bin von ihr fasziniert weil sie wirklich so einfach zu bedienen ist und so leicht erklärbar ist als erstes natürlich wirklich eine schöne geschichte hier guck mal der fokus und zack hinten drückst du auch noch mal rauf dann zieht sich der fokus nach hinten drückst du hier auf dann hast du hier den fokus das ist ey das ist absolut perfekt und absolut schön ich habe jetzt schon mal die schärfe linien hier sozusagen mit einprogrammiert damit ich immer ein bisschen was sehe und das natürlich dann für euch auch nachher in der aufnahme scharf ist so fangen wir mal von links nach rechts an mit den linsen du hast beim iphone natürlich jetzt hier beim iphone 14 vier verschiedene linsen das sind sie hier und dann gehen wir mal von der 13 mm linse auf die 24 mm linse das ist immer die beste weil die hat die höchste helligkeitsstufe die ist glaube ich bloß mit der f1.8 und ansonsten wird es immer dunkler 2.2 und hier die 2.8 und hier bei der nähe bei der 77 mm linse da zieht er nicht mehr so die schärfe da muss man wahrscheinlich das objekt dann wieder weiter weg stellen aber 24 mm mit f1.8 ist glaube ich jetzt erstmal die optimale linse hier kannst du die linsen einstellen dann geht es natürlich weiter mit den fps zahlen 24 fps jetzt erstmal eingestellt du kannst natürlich auch noch hoch bis 60 und den shutter angleichen dann zur fps zahl da geht es dann mal pauschal auf die 1 zu 48 wie schon gesagt hier die linse da kannst du nicht viel korrigieren ansonsten der timecode der läuft mit wenn du die aufnahme direkt durch und dann ist er wieder direkt auf 0 wenn du dann noch mal den nächsten clip aufnimmst so auch eine gute geschichte die niedrigste iso liegt bei 57 und die höchste iso einstellung beim iphone ist bei aktuell 5400 und 72 das ist das iphone 14 pro max und ich denke mal wieso wir bleiben jetzt mal bei der bei der iso so bei 400 450 wird reichen weiß abgleich auch von auto auf manuell umstellen dann hast du hier noch verschiedene möglichkeiten deine licht situation dann einzustellen und das ganze kannst du natürlich auch manuell regeln indem du sozusagen einfach nur diesen regler von warm auf kalt betätigt auch sehr schön gelöst die ganze geschichte ich bleibe jetzt mal auf automatik gehen wir mal in die weiteren einstellungen hier oben gibt es ein feld das ist das dürfte natürlich auch jedem bewusst sein für die verschiedenen zebra einstellungen und wenn du jetzt überbelichtet möchtest beziehungsweise überbelichtet bist dann siehst du das hier natürlich der ganze denn die prozentzahl von 75 auf 100 mit einstellen beim nächsten feld kannst du die stärke deiner hilfslinien hier variabel einstellen ich habe es immer gern auf 100 prozent weil dann sehe ich alles dann die hilfslinien das ist natürlich auch jedem bekannt wenn du jetzt hier hilfslinien brauchst das ist auch kein problem fangen wir an mit dem kleinen punkt hier dann geht's weiter über das kreuz und natürlich dann auch der hilfsrahmen und alle drei kannst du natürlich auch wieder entfernen diese funktion ist natürlich sehr schön also hast du hier alle verschiedene bildformate du kannst hier wirklich richtig runter und hoch scrollen wenn du siehst 2 zu 4 zu 1 2 zu 39 und ich muss das ja nicht alles kommentieren aber du siehst natürlich du kannst alle bildformate hier einstellen 9 zu 16 das ist nachher für den hochkant modus relativ wichtig dass du das noch mal umstellst aber du bist hier voll dabei ja also das das macht richtig spaß du kannst du wirklich an amorphe formate mit angleichen kinoformate wenn du jetzt an amorphe linsen auf das iphone aufsetzt das ist alles möglich mit diesem einstellungsrädchen jetzt geht es weiter mit den hilfslinien für den monitor das kannst du auch von den großen kameras welcher bereich dir sozusagen angezeigt werden soll wir gehen dann weiter hier in diesem feld mit den falsch farben auch eine richtig gute geschichte und auf dem iphone natürlich dank des monitors absolut schön sichtbar die ganzen falsch farben und die ganzen belichtungsstufen perfekt und jetzt kommen wir noch mal zu dem thema platz was ich euch am anfang erklärt hat dass ihr sozusagen hier eure latz hochladen könnt das kann man dann nachher in den settings einstellen also hier würden dann die latz drin liegen die ihr euch hochgeladen habt wenn ihr verschiedene projekte unter verschiedenen latz mal mit anschauen möchtet hier geht es dann weiter in die stabilisation das heißt das ist die bildstabilisation du kannst einmal ausmachen dann hast du natürlich ein größeres sichtfeld dann geht es auf standard und auf cinematik und wenn du dann im action modus quasi unterwegs sein solltest kannst du auch noch mal bei extrem die einstellung machen ich mache das jetzt irgendwie auf cinematik und das hat bis jetzt funktioniert und dann schauen wir mal wie sich die ganze geschichte weiter verhält du kannst natürlich auch zu mir mit dem iphone das wissen war und das natürlich immer qualitätsverlust ja also wenn du jetzt rein zu uns das ist nie irgendwie perfekt das sind teilweise auch digital zu mit bei und wenn wir jetzt bis zu 15 fach zum schneider brauchst du nicht glauben dass da hier irgendwie eine analoge linse verbaut ist das ist natürlich nicht der fall aber zu ein bisschen mal rein zu wenn jetzt irgendwas direkt haben möchtest und ihr gleich sehen willst funktioniert das perfekt dann geht es weiter hier hast du noch die möglichkeit deine szenen zu beschreiben bzw auch hier zu nummerieren und wenn du die jetzt weiter schicken solltest kannst du einfach die meter einstellung hier in dem feld vornehmen jetzt muss ich erst mal schnell noch mal die falsch farben ausnehmen damit es dann wieder vom bild her ordentlich aussieht und den fokus natürlich auch hier wieder anpassen auf die kamera du kannst wirklich sehr schön mit dieser app rum spielen und ich sage es noch mal dass es echt total easy und einfach gemacht so dass wirklich jeder durch sieht die komplizierten apps kannst du in zukunft sein lassen irgendwelche abos brauchst du nicht mehr weil wie gesagt diese app ist kostenlos und jetzt gehen wir mal die einstellung rein du kannst natürlich noch alle einstellungen hier direkt regeln bei der aufnahme siehst du hier die funktion die du hier als möglichkeit bekommst dann die ganzen kamera einstellungen kannst du natürlich auch noch mal sehr gut einstellen auch bei den anamorphen linsen funktionen und so weiter und so fort cool audio verschiedene audio möglichkeiten ich habe jetzt das iphone mikrofon dann aber wenn du jetzt sozusagen direkt zum beispiel dj oder an road anschließen möchtest dann zeigt er das dir auch an und da steht dann quasi headset drin so richtig erkennt er die nicht aber das ist auch nicht schlimm audio auch in mono beziehungsweise vier channels und stereo aufzunehmen richtig gut den monitor den kannst du dann auch noch mal angleichen bei den media files beziehungsweise mediadateien verschiedene einstellungen hier sind die latz die du dir dann quasi runterladen kannst also wenn du jetzt auf dem iphone hast dann zeigt er dir sozusagen hier verschiedene ordner an und dann kannst du dir deine latz in das system mit rein speichern eine gute geschichte ich habe jetzt keine latz drauf und dann geht es natürlich über die black magic cloud mit der black magic cloud kannst du hier die ganze geschichte mit davinci resolve synchronisieren das heißt du gehst einfach in die aufnahmen beziehungsweise schickst die szenen dann zu davinci resolve über die icloud rüber und davinci resolve hat dann die daten sofort verfügbar jetzt mal als beispiel wenn du den wetter bericht in deutschland aufzeichnest und schöne bilder macht und in china ist jemand in deiner firma mit deiner cloud vertraut und geht über den zugang rein dann kann er über die icloud in minuten schnelle die bilder die du mit dem iphone geschossen hast abrufen definitiv auch schneiden und wenn du ihm dann über den chat noch eine schöne nachricht geschrieben hast dann weiß er auch dass hier in deutschland 20 grad sind und 84 prozent luftfeuchte also was man damit alles machen kann mit dieser icloud und der synchronisation mit davinci resolve das wird noch grandios werden und weiterhin ist natürlich auch noch sehr interessant das ist jetzt das iphone 14 pro max was mit dem iphone 15 läuft da gibt es ja natürlich noch mehr kamera einstellung und noch mehr kamera funktion und du kannst dann auch direkt aufzeichnen beim iphone 15 pro und pro max kannst du ja hier direkt aus dem usb c ausgang aufzeichnen auf externe festplatte oder halt auf deinen mac und das wird dann hier über diese app auch möglich sein das heißt das wird die professionelle kamera für dein iphone 15 pro max und natürlich auch für alle iphones die darunter liegen denn diese kamera ist wirklich für meine ansprüche perfekt hier hast du auch noch mal ein histogramm hier hast du die audioeinstellung das hier unten ist dann noch mal der speicher deines iphone was zur verfügung steht und wenn du dann wenig speicher haben solltest dann zeigt er das hier an das ist hier die 1 terabyte version vom iphone 14 pro max also hier muss ich mir jetzt momentan nicht so gedanken machen dass hier irgendwie speicher verloren geht einfach aufzeichnen einfach spaß haben deine einstellung während der aufzeichnung auch noch mal korrigieren das ist so einfach und es ist so viel möglich mit dieser app black magic du kriegst von mir diesen großen dicken daumen für die kamera app ich bin total begeistert wie ein kleiner junge ich habe gestern schon gespielt wo die kam und dann bis nachts wirklich noch ein bisschen experimentiert es macht richtig spaß denn jetzt macht das iphone doppelt so viel spaß und ich hatte überlegt kaufst du das iphone 15 oder lässt es lieber sein aber mit der app und dem iphone 15 pro max kannst du natürlich dann teilweise auch welten bewegen weil die einstellung einfach mal so sind wie bei einer professionellen kamera vergiss alle teuren kamera apps wie filmic pro oder andere geschichten wo du hier abo modelle brauchst diese app ist kostenlos natürlich ist bei filmic pro noch ein bisschen mehr im moment mit dabei aber da zieht black magic definitiv nach bei filmic pro kannst du natürlich jetzt nochmal über dein ipad die monitor funktion aktivieren so würdest du dann auch noch mal von weiten sehen wie die aufnahmen sind und du kannst das iphone dann nochmal fernsteuern das geht jetzt mit der black magic app noch nicht aber ich glaube black magic kommt und macht da schon noch mehr perfektionismus draus diese app ist wirklich einmalig die ist super ich kann nicht oft genug sagen holt sie euch ich hoffe ich konnte euch einen ersteindruck vermitteln von dieser wunderbaren app von black magic die black magic kamera app und konnte euch schon mal so ein bisschen weiterhelfen dass ihr vielleicht so einige funktionen schon wisst es ist noch nicht perfekt ich konnte noch nicht alle funktionen austesten werde aber in zukunft dranbleiben abonniert den kanal wenn ihr mehr wissen möchtet ich sage danke fürs anschauen sehr gern bis zum nächsten video und damit tschüss bye bye und winke winke bis zum nächsten video